Hallo, 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 hallo. Kurz die Zigarettenpause. Nein, das wollen wir heute nicht machen. Kurz die Zigarettenpause, das geht aber auch. Bevor wir die traditionelle Schweigeminute hier machen, für alle Opfer, Impfopfer und was es alles noch reden wird, wir werden uns überraschen lassen, nur zwei ganz kurze Sätze. Da hätte ich mal die Steuergelder gut angewandt, mit dem Haken. Die hätte ich gerne am Mittwoch auch gehabt, als man uns schlicht und ergreifend hat ins Messer laufen lassen. Es war wirklich unschön. Und wenn man sich dann selbst verteidigt und dann auch noch beschimpft wird, ist schwierig, es war sehr schwierig. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Heute machen wir unsere Montagsspaziergänge. Und jetzt bitte ich, wie immer, bevor ich den Brunnen nicht ganz leise, also nur noch den Brunnen höre, fangen wir unsere Schweigeminute für die Impfopfer nicht an. Und zwar für alle Impfopfer weltweit. Und es werden täglich mehr. Okay, dann starten wir jetzt mal. Ich höre den Brunnen. Noch eine Minute. Nee, ich glaube auch. Nee, ich glaube auch. Nee, ich glaube auch. So, jetzt darf es wieder laut werden. Freier muss weg! Freier muss weg! Freier muss weg! Freimus weg! Freimus weg! Legt die Hausfrau nachts die Kette vor. Im Kuridor stift ich davor. Mit der Pfeile ohne Eileck, weil ich Dreck, da liegt der Dreck. Während sich die Hochverkraten klein, dreht ich bei ihr ein, sie tut mir leid. Ich bin das Nachtgespenst, dein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du kennst, so oft bist du mich wie klingend. Sei bloß nicht so erschreckt, du wirst nur aufgedeckt, und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Steig ich das Fenster ein, reizt mich kein Edelstein, nein, nur dein Elfenbeiner, reizt mich allein. Ich nehm als Nachtgespenst, kein Stückchen mit, was glänzt. Ich brauch wirklich nur Tage und Treppenraum. Doch das Eulen nützt nichts, welch ein Grau. Kaum singt die Nacht, schon muss ich rauf. Treppenraum und runter wohlbeleibt, wenn ich nur wüsst, was mich so treibt. Heute endlich weiß ich ganz genau, die Frau, das bevor ich flieg, ist meine Frau. Sie ist das Nachtgespenst, mein mieses Nachtgespenst, sie ist nur an das Kind, dann weiß ich, was Gespenst da sind. Doch hab ich mich erschreckt, sie hat sich aufgereckt, komm, war sie aufgereckt, sie hat sich aufgereckt. Da hilft mir aufzustehen und mal was anderes sehen, weil man sonst blind werden kann. So fing es an. Ruf, wenn du nicht lachst, mit nem armen Nachtgespenst, dann stehst du nicht auf dich hinein. Au, auf dich. Oa, u. Auf dich. Die Irmkeit verstärkt, nach dem Mund ist mir. Nach dem Trimmel diyor, auf den Dolmastricht der Baum und nach dem Herzen auf den Lüten. Auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mit dem Arm und dem Lach gespeckt, dann schließt sich ab die Türe, nein, öffne sie wieder. Jetzt noch die Masiak-Akrie, dann wird uns draus. Die Masiak-Akrie. Sollte man lesen. Die Masiak-Akrie. Die Masiak-Akrie. Die Masiak-Akrie. Meine ist kaputt. Die meiner ist kaputt. Mein Fernseher. Musik Musik